Der Unfall von Helene Fischer während ihres Konzerts schockierte ihre Fans. Auch Letzt-Dance-Sieger und Zirkusartist René Kesselé äußerte sich nun mit eindringlichen Worten dazu. Helene Fischer, nach Unfall, wie gefährlich sind ihre Akrobatik-Nummern? Mittlerweile liegt der Unfall von Helene Fischer zwar schon einige Tage zurück, doch der Schock sitzt offenbar nach wie vor tief. Am 18. Juni stand die Atemlos-Interpretin in der ZAG Arena in Hannover auf der Bühne. Es war ihr letztes Konzert ihrer Rauschtour vor ihrer kleinen Sommerpause. Doch während der Akrobatik-Nummer zu ihrem Song Wunden kam es dann zum Horrorunfall. Als sie sich in die Arme ihres Partners fallen ließ, schlug sie mit ihrem Kopf allem Anschein nach gegen das Trapez. Die Wunde begann sofort zu bluten. Doch die 38-Jährige brachte ihre Performance trotzdem noch zu Ende. Im Anschluss musste das Konzert dann aber doch abgebrochen werden. Die Wunde sei einfach zu tief gewesen und hätte im Krankenhaus genäht werden müssen, verriet sie Musikerin wenig später in einem emotionalen Instagram-Statement. Let's Dance-Sieger René Kesselly Das kann es ganz schnell gewesen sein. Wenn es allerdings nach Let's Dance-Sieger und Zirkusartist René Kesselly, 26, geht, dann hatte Helene Fischer definitiv Glück im Unglück. Der 26-Jährige steht von klein auf in der Manege und kennt die entsprechenden Risiken von waghalsigen Akrobatik-Nummern in der Luft. Gegenüber RTL erklärte er, wenn man nicht zu 100% fokussiert ist, dann kann es das ganz schnell gewesen sein. Weiter erklärt der Let's Dance-Sieger von 2022, man kann es tausendmal im Training gemacht haben. Aber Training und Show ist halt immer etwas anderes. In der Show kann immer mal etwas schief gehen. Und da ist auch Teamwag gefragt. Dabei würden solche Show-Einlagen ein großes Risiko mit sich bringen. Künstler verlieren teilweise auch ihr Leben, wenn du da von 10 bis 15 Metern herunterknallst. Das Publikum sieht meistens nicht die Gefahr dahinter, so die alarmierenden Worte des 26-Jährigen. Auch er habe sich die Videos, die von Helenes Unfall im Netz verbreitet wurden, angesehen. Über die Gründe für den Unfall kann René Kesselly nur mutmaßen. Doch seiner Meinung nach könnte sich Helene Fischer zu sehr auf die Hände ihres Partners konzentriert und deshalb den nötigen Sprung nach hinten vergessen haben. Fakt ist aber, bei uns heißt es immer, the show must go on, stellt er klar. Und spätestens im August wird es das für Helene Fischer und ihre Rauschtour in Köln dann auch.